Was ihr wollt? Hm? Arbeit, Arbeit. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Workshop 3. Ich bin Raben und heute spiele ich ein 1 vs. 1. Habe mich für random entschieden, Ork bekommen und mein Gegner spielt ebenfalls, äh, nee, nicht ebenfalls, er spielt Undead. So, und jetzt wollen wir mal schauen. Ich probiere es in dieser Runde auch mal mit Headhuntern. Habe ich ja letztens bei Grubby gesehen, dass das sehr gut funktioniert. Ich hoffe natürlich, ihr habt diesen Cast von mir auch gesehen, war ja ein richtig, richtig hammergeiles Game. Ich kann hier nicht bauen. Also. Ich will nicht lügen, aber ich glaube auf jeden Fall mit das geilste Game, was ich hier gesehen habe. Bereit zur Arbeit, was ihr wollt? Arbeit, Arbeit abgeschlossen. So, und ich spiele auch den Phasier. Wir brauchen mehr Gold. Jetzt natürlich erstmal noch mehr Arbeiter ins Holz. Ja, bereit zur Arbeit. Was getan wird? Ich weiß nicht, als Ork, finde ich, hat man am Anfang immer genug, äh, zu wenig Gold für alles. Das kann ich. Bereit zur Arbeit. Hach mal sehen. Ich will auf jeden Fall versuchen, den Andead dran zu hindern, einen Fast-Exo hochzuziehen. Ein Peon auf jeden Fall noch ins Holz. Vielleicht sogar noch einen mehr. Arbeit abgeschlossen. Ja doch, kommt, wir machen noch einen mehr. Arbeit abgeschlossen. Die Zukunft gehört uns. Meine Augen sind offen. Bereit zur Arbeit. Muss was getan werden. Wir brauchen mehr Gold. Sehen heißt glauben. Bereit zur Arbeit. Wir brauchen mehr Gold. Ja. Arbeit abgeschlossen. Arbeit, Arbeit. Benötigt ihr meinen Rat. Ja, ist er nicht. Verstehe. Wir brauchen mehr Gold. Das Schicksal wartet. Das ist er auch nicht. Natürlich. Es ist sicher. Wir brauchen mehr Gold. Sehen heißt glauben. Seht euch vor. Benötigt jemanden. Ist aber schon im Tech. Keine Ahnung, wo er im Creepen ist. Wir brauchen mehr Gold. Das Schicksal wartet. Meine Augen sind offen. Rache für Sultrin. Meine Augen sind offen. Und der Harris ist schon so erfolgreich. Ah, da kommt er. Verstehe. Arbeit abgeschossen. Das ist ein weiteres Büro. Sehen heißt glauben. Benötigt ihr meinen Rat. Wir brauchen mehr Gold. Ja, aber ich hätte es leicht verpeilt gehabt mit den Ortbauten. Wenn ihr das Schicksal wartet, benötigt ihr meinen Rat. Sehen heißt glauben. Was soll ich tun? Meine Augen sind offen. Wen soll ich wütten? Das Schicksal wartet. Level 2. Benötigt ihr meinen Rat. Wie gesagt, richtig bei der ganzen Geschichte. Dass der Gegner es nicht schafft zu expandieren. Alles klar. Meine Augen sind offen. Sehen Lachlte, Sultrin. Das Schicksal wartet. Wo soll ich hin? Wo soll ich hin? Das Gemützel, die heute abgibt. Das Gemützel, die heute abgibt. Das Gemützel, die heute abgibt. Benötigt ihr meinen Rat. Wer ist der Hund? Wen wollt ihr töten? Unsere Stadt wird angegriffen. Muss was getan werden? Das kann ich ja. Meine Augen sind offen. Sehen heißt glauben. Arbeit abgeschlossen. Was ihr wollt? Das ist natürlich von einem Nervlich dieser ständige Harris. Benötigt ihr meinen Rat. Was soll ich tun? Das Schicksal. Wo soll ich hin? Das ist aber jetzt auch schon ziemlich spät, dass ich einen Tag gehe. Es ist sicher. Meine Augen sind offen. Benötigt ihr meinen Rat. Das Schicksal wartet. Aha. Was verkaufen. Das Schicksal wartet. Was ist denn das Schicksal wartet? Vorsicht! Meine Augen sind offen. Sehen heißt glauben. Es ist sicher. Das Schicksal wartet. Meine Augen sind offen. So, da gehen wir mal wieder runter. Wir werden angegriffen! Alles klar. Das kann ich. Meine Augen sind offen. Muss was getan werden? Alles klar. Arbeit, Arbeit. Das kann ich. Wache für Sulten. Aber gern. Benötigt ihr meinen Rat? Sehen heißt Glauben. Arbeit abgeschlossen. Verstehe. Natürlich. Verstehe. Ich kann hier nicht aus. Wache für Sulten. Angefangen. Ja. Aber gern. Was wir wollen. Das kann ich. Arbeit, Arbeit. Das Schicksal wartet. Wache für Sulten. Sehen heißt Glauben. Okay. Mein Ziel habe ich erreicht. Benötigt ihr meinen Rat? Verstehe. Wir schlagen zu. Was? Meine Augen sind offen. Vorsicht. Wo soll ich mir das Ding nur? Das Schicksal wartet. Ohne den zweiten Helden wollte ich jetzt nicht zu für Risiko eingehen. Sehen heißt Glauben. Das Schicksal wartet. Arbeit abgeschlossen. Natürlich. Arbeit abgeschlossen. Meine Augen sind offen. Benötigt ihr meinen Rat? Es ist sicher. Muss was getan werden? Das war ja sehr nach Gargoyles aus. Wir brauchen mehr Gold. Da hole ich mir dann noch ein paar... Ähm... Wie heißen sie? Die gutsten... Ein paar Batrider hinzu. Wir brauchen abgeschlossen. Benötigt ihr meinen Rat? Ich habe euer Befehl ausgegraben. Bewehen heißt Glauben. Vorsicht. Meine Augen sind offen. Natürlich. Was verlangt ihr von mir? Was? Bereit zur Arbeit. Ja. Das kann ich. Das Schicksal wartet. Arbeit abgeschlossen. Bereit zur Arbeit. Arbeit abgeschlossen. Wir werden angegriffen. Was ihr wollen. Ja? Alles klar. Wir werden angegriffen. Sehen heißt Glauben. Ich bin bereit. Für meine Vorfahren. Meine Augen sind offen. Es ist sicher. Bereit zur Arbeit. Wir brauchen mehr Holz. Oh, mehr Holz. Dringend. Das ist halt immer so eine Sache, wenn man auf Headhunter geht, benötigt man wirklich Unmengen an Holz. Meine Augen sind offen. Wen soll ich töten? Benötigt ihr meinen Rat? Sehen heißt Glauben. Arbeit abgeschlossen. Was verlangt ihr von mir? Bereit zur Arbeit. Was soll ich tun? Zeit für mich in Blutvergiftung. Abgeschlossen. Euer Befehl. Das Schicksal wartet. Arbeit abgeschlossen. Bereit zur Arbeit. Meine Augen sind offen. Wir werden angegriffen. Das Schicksal wartet. Wie lautet euer Befehl? Wen soll ich töten? Wie ein großer Mana-Trank. Das ist genau hier hinten. Mal gucken, ob da noch so ein paar Creeps sind. Arbeit, Arbeit. Ui. Ja. Was ihr wollen. Alles klar. Muss was getan werden. Viel zu viele hier in der Mine. Aber gern, ja. Das Gemütchen kann beginnen. Muss was getan werden. Sehen heißt glauben. Was ihr wollt. Das Schicksal wartet. Ja. Ja. Was ist? Wir sind ganz super. Sehen heißt glauben. Was verlangt ihr von mir? Benötigt jemanden da? Ja. Und links. Meine Augen sind offen. So. Nehmen wir mal meine Kodo mit. Was ihr wollen. Benötigt ihr meinen Rat. Wie lautet euer Befehl? Sehen heißt glauben. Wir brauchen mehr Holm. Was verlangt ihr von mir, als das Schicksal wartet? Seht euch vor. Was soll ich tun? Geht tut er. Wir brauchen mehr Holm. Das Oberstab des Windes. Meine Augen sind offen. Wie lautet euer Befehl? Sehen heißt glauben. Und da ist die Map bald leer gecreept, wenn das so weiter geht hier. Wir werden angegriffen. Schicksal wartet. Wen soll ich töten? Meine Augen sind offen. Wen wollt ihr töten? Nur Stadt wird angegriffen. Benötigt ihr meinen Rat. Arbeit abgeschlossen. Ausmaßende Schicksal wartet. Es ist sicher. Benötigt ihr meinen Rat. Ihr wollt Axt? Meine Augen sind offen. Euer Befehl? Ja, weil er sich bis jetzt nicht getraut, sie wieder hochzuziehen. Mach das jetzt erst. Das Schicksal wartet. Sehen heißt glauben. Na gut, dann reißen wir sie ihm wieder ab. Wir werden angegriffen. Meine Augen sind offen. Was ihr wollt? Benötigt ihr meinen Rat. Was soll ich abfackeln? Lauer Troll. Abos dabei. Die lassen wir das mal fliegen. Voll Fokus auf seinen Hero. Und das war raus. Ja. War jetzt nicht die allerschwerste Runde. Aber ich hoffe sie hat euch dennoch ein wenig gefallen. Und wenn ja, zieht euch auch das nächste Game rein. In diesem Sinne, bis zum nächsten Game. Euer Ran. Abos dabei weg. Angel e trip. Ich Hab... Ich bin jahart.